Ich möchte mich für gleichwertige Lebensverhältnisse hier im Freistaat Sachsen einsetzen und zwar für alle. Egal wie man aussieht, wo man herkommt, ob jung oder alt, ob krank oder gesund. Deshalb will ich auch, dass man in Würde altern kann und keine Angst haben muss, sich Pflege nicht mehr leisten zu können. Aber ich möchte auch, dass die zu Pflegenden ordentlich entlohnt werden und dass der Beruf wieder attraktiv wird mit Arbeitszeiten, die auch wirklich familienfreundlich und tragbar sind. Wir setzen uns konsequent für eine Pflegefollversicherung ein, womit das alles auch leistbar ist. Ich möchte Nachhaltigkeit natürlich auch, aber auch die soll bezahlbar sein und zwar für jeden. Produkte im Biomarkt und auch das nachhaltige T-Shirt muss leistbar sein. Nicht zuletzt als freifache Mutter möchte ich Chancengleichheit in der Bildung und dass die Kinder in Frieden weiter aufwachsen können. Und keine Angst haben müssen. Dafür stehen wir als Linke ein. Konsequent sozial und konsequent für Frieden. Deshalb komme ich für meine Partei, die Linke.